Und da sind wir wieder. Zurück zu Edie Pfinch. Augenblick, ich muss einen Kuss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber ich kann es sehen, dass ich sie wegzunehmen. Sorry about that, Gregory. Ich weiß, dass du alles, was du kannst. Vielleicht, wenn ich nicht das Nacht nennen. Dammit. Hold on, ich will nicht Gregory. Ich wünsche, dass du uns gesagt hast. Was ist das? Das ist das, was du weißt? Was ist das? Was ist das? Oh, mein. Was ist das? Genau. Was ist das? Aber ich weiß, was passiert, war die Träke. Ich bin sicher, dass er glücklich ist. Oh Gott, ich hab so über Gänsehaut. Guck mal, über hier. Oh Gott, ich... Schrecklich. Dann wollen wir hier noch etwas anderes angucken. Aber wir müssen uns Gus angucken. Gus ist 13 geboren. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said, with teenage disregard, that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Wee! My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Wee! 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 I tried to talk him out a bit, but though he'd never met her, we don't need a stepmom were the words that I would like. I now pronounce you husband and wife. You make him cry. Something more good. Wee! 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 Okay. Come here! Come here! Wee! Wee! A little middle finger. Wee! We have to go down a little bit. The wind. Die Stücke Die Gäbe stark und wild ist im Zelt Okay, hier kommen wir nicht weiter, weiter The thunder sounded much too close and full of angry power A bit of power I wish I could I wish that I could truly say I thought about you on that day out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam, but I didn't Until we found you Bist du dich entifanten Oh Man Gus, der kleine Rebell Er hat den auch noch da oben drauf 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 Routine Okay Er musste auch noch klettern Okay Weit weg wie möglich, ja Das kann ich mir denken Wenn deine Kinder sterben Okay Das ist gut Louis wurde ein paar Jahre später geboren. Da kommen wir anscheinend nicht mehr runter. Die kommen anscheinend nicht mehr hoch. So. Louis. Edit. Und zu sehen die Kinder in der Haus wieder. Die Haus musste sich ein bisschen größer werden, aber Edie war es an das. Und für ein Zeitpunkt? Fast normal... Fast Edith, Barbara, Molly, Sam, Kevin, Udin... Bücher zum Lesen. Es war ja elf, als sie gegangen sind. Aber es nicht dauert. Sieht nie lange an. Ein Erdbeben. Oh Gott. Das Anfang des Endes war Milton's 10. Geburtstag, als Edith ihm ein Kastel gab. Ein Schloss Milton, der da verschwunden ist. Er hat anscheinend auch gemalt. Es scheint, wollt ihr das Haus machen? Er war anscheinend Architekt. Ein neues Haus. Wie spielt das für... die Kinder? Aber wohin ist er verschwunden? Wo ist er hingegangen? 92. 90. Milton Finch in... The Magic Paintbrush. Oh. Wow. Meine Tür. Meine Tür. Nein, nein, verschwunden konnte. Ja, Prudor. Milton verschwand. Vielleicht gibt er ja auch noch. Ja, okay, ist gut. Vielleicht... Vielleicht... Überall Farbe. Aber wie alt ist er denn eigentlich gewohnt? Gewohnt? Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. She sealed the doors. Was hat er denn im Haus gefunden? Ach, Mann. Wie wunderschön das hier eigentlich ist, ne? Aber warum müssen sie denn wieder so nah am Wasser bauen? Und warum hatte die Familie so einen Fluch? Ja. 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 Wie haben die denn Bruthocke gekriegt? muss ich da irgendwo lang? ach, da geht es nicht weiter hoch. das heißt, ich muss da ja doch lang, aber wo? ah, du sensst das natürlich. hätt ich auch drauf kommen können. das glaube ich auch. Louis und ich haben viel Zeit zusammen spielen, aber er war überraschendlich schlecht bei ihnen. Er hat viel sterben. Okay. 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 Let's go. ...und songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. What do you mean? He spoke no longer at the Cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him. That all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. Oh. Okay. He would conquer a city, then immediately push on. New Louisville. St. Louis. He's got a little more open there. He started drifting away from our reality. Ah. Good. Eh. Yeah. Er segelte davon. Er segelte davon. Eine hübsche Königin, eine wunderschöne Prinzessin. Eine hübsche Königin. Handsome Queen. Es sind immer mehr ein. Finstere Schlangen leuchten Regenbögen. Wieder mal die leuchten Regenbögen. Radiant rainbows. Oi. Oh. 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 He followed the sound of her... Electric sitar. Ah. Okay. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. Großer als ein König? Ach so. Dass er nicht mal mehr sieht, was er da eigentlich tut. Er ist ein Königin. Er ist ein Königin. Er ist ein Königin. Er ist ein Königin. Und wenn wir in eine Wirklichkeit zurückkommen, ist das glaube ich noch viel, viel schwerer. Das ist so ein Königin. Das ist ein Königin. Ich bin an die Welt, die wir wissen. Ich glaube, es hat ihn schreckt, ihn zu erinnern, Louis, der Kannerwerker zu erinnern. Er begann den Mann mit einer römischen Verwaltung zu erinnern. Ich könnte ihn retten. Ich freue mich auch. Yay! Ich mag die Figuren. Das ist noch irgendwie süß. Ah! Ich weiß, wir müssen ihm folgen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüüüüü.